So, weiter geht's, Bon Voyage, Bon Voyage, ja, ja, ich kaufe auf PC, cool, das ist cool. Die Entführer standen in Diensten eines berüchtigten Söldnerhauptmanns, er befand sich zur Zeit an Bord der Duchess und sticht mit der Abendflut in See. Liebe Grüße, Geralt. Du kaufst PC, hast du, oder, ja, kaufst du die normale Version? Oder holst du da die Gold, oder ich weiß gar nicht, nee, Gold gab's nicht, ich glaub, diese ganz tolle, große, wunderschöne, die fast 100 Euro, oder nee, die ist 100 Euro, glaub ich, wert ist. Weil ich hol mir natürlich die auch mit Season Pass, kostet zwar eine Menge, aber dafür hab ich noch lange Spaß. Hm, so, wir sollen den Söldnerhauptmann aufspüren, ohne entdeckt zu werden. Also, da hinten ist er, ich frage mich, wie man da jetzt dahinter kommt. Ohne entdeckt zu werden? Das geht ja nur mit, mit Flirten. Das ist schon mal Fakt. Obwohl, die sind jetzt nicht so blöd zu mir. Ich betöre den mal, vielleicht, vielleicht bringt mir das ja was. So, und jetzt komm mit Freundchen, komm hinter mir her. Kann ich noch einen zweiten betören? Fragezeichen. So, okay. Oh, dann ist der alte weg. Naja, gut, das ist auch nicht schlimm. Ja, wahrscheinlich die normale. Ah, okay, also den Hauptmann soll ich in Wirklichkeit betören. Und dann soll ich mich irgendwo mit denen davonschleichen. Am besten gehe ich hier aufs Schiff, weil bis ich da nämlich hinten bin, ist er wahrscheinlich schon, das sehen wir wieder, entbetört. So, werden wir dich hier mal erledigen, mein Freundchen. Hier so hinter den Kisten geht es rund. Komm her, ich vernasch dich. Auf meine Art und Weise. So. Ja, die normale, naja gut. Also ich will ja auf jeden Fall diesen Season Pass haben, der bei Assassin's Creed Valhalla ist. Da gibt es ja auch jetzt schon ein Video, was da alles so drin ist im Season Pass. Und da ist auch irgendwas mit Droiden und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr geil. Es sah echt gut aus. Die Bären-Geschichte war kostspielig und enttäuschend. Lass mich nicht noch einmal hängen. Ja, bon voyage. Wir 여기는 nach König. Ger assim geht. Wir wish we salute euch? Wir kennen.